Hallo Leute, ich begrüße euch hier auf Weibhaus Meerwasser zu einer Infothek bzw. Produktvorstellung in Bezug mit der Infothek über dieses Produkt. Ja, ihr seht, es ist endlich da, es ist endlich auf dem Markt, die Essentials Plus sind da. Und warum, weshalb, wieso etc. pp. das erfahrt ihr gleich nach dem kurzen Video. Bis gleich! Ja Leute, Dankeschön fürs Dranbleiben und fürs Interesse zeigen. Es geht sich heute um die Essentials Plus. Sie sind endlich verfügbar, sie sind endlich auf dem Markt. Und ja, alles in allem wollte ich mal mit ein paar kleinen Mythen aufräumen bzw. auch ein bisschen Erklärung geben, warum, weshalb, wieso, wie man sie einsetzen kann, wo man sich dran wenden kann, wo man sie herbekommt und, und, und. Ja, fangen wir erstmal mit dem an. Ihr seht hier die 2x10 Liter, das ist, ich sag jetzt mal pauschal, das Familiensparpaket, liegt bei knappen 80 Euro und ist somit sehr viel günstiger als wie die Essentials Pro. Warum sind sie günstiger? Weil das hier ein Versorgungssystem ist, was auf anorganischer Basis arbeitet, im Gegensatz zu den Essentials Pro. Heißt, im Umkehrschluss, es ist auch nicht so hoch konzentriert wie die Pros, somit komme ich mit, ich sag jetzt mal, den Zintern nicht so weit wie mit den Pro. Das muss man wissen. Es ist aber nicht signifikant höher, also nicht sehr viel höher. Alles in allem sieht es so aus, dass ATI halt hingegangen ist und die bestehenden Essentials, also sprich die aus 1, 2 und 3, also Magnesium, Calcium und KH bestehen, weiterentwickelt hat. Die 2,7 Liter, also sprich 2x 2,7 Liter liegen preistechnisch bei 24 Euro noch was bei ATI auf der Seite und ihr habt da einiges drin. Also es ist sehr hoch konzentriert, so hoch wie man an organische Versorgungssysteme dosieren kann, konzentrieren kann. Beim KH sieht es so aus, wir haben 28.000 Härtegrade in dieser Lösung drin, bei den 2,7 Litern und 200.000 Milligramm Calcium sind in den Flüssigkeiten bei 2,7 Litern gelöst. Wie sieht diese Weiterentwicklung jetzt aus? Also zum Ersten, dadurch, dass ATI natürlich das Labor hat und über 40.000 Messungen mittlerweile vorweisen kann und somit sehen kann, in welche Richtung Verbräuche gehen und die meisten Aquarien die Verbräuche hinziehen, haben sie natürlich die Möglichkeit zu sagen, okay, wir passen unsere Rezeptur bzw. das an Spurenelementen mit eingebundenem Material etwas an. So, jetzt seht ihr, dass hier nicht nur die entsprechenden KH und Calcium drin gelöst sind, sondern auch dadurch, dass das Essentials Plus ja natürlich das alte Essentials ablöst, ist Magnesium auch drin und die entsprechenden Spuren und Mengenelemente sind auch dementsprechend auf die beiden Flüssigkeiten, also auf diese zwei Flüssigkeiten aufgeteilt und in der entsprechenden Rezeptur überarbeitet worden. Das Gesamtsystem, so wie es jetzt hier ist, wird, wenn es vernünftig läuft, wieder gleichmäßig dosiert. Also ich dosiere gleich vom KH und gleich vom Calcium. Das Gleiche passiert bei mir momentan. Das ist, ja, eine recht geile Sache. Man muss sich also nicht wirklich großen Kopf machen. Man muss aber bloß halt natürlich im Vorfeld aufpassen, wenn man umstellt. Kommen wir aber gleich zu. Das Ganze wirkt sich hier stabilisierend auf den pH-Wert aus. Also ich habe maximal eine Schwankung am Tag, dadurch, dass ich im Moment mein Becken offen habe, von einer 0,3 maximal. Also ich gehe kaum unter die 8, aber tagsüber zum Abend hin liege ich dann meistens bei einer 8,3, 8,25 circa. So um den Dreh schwankt es. Und das ist ein sehr, sehr guter Bereich, was auf jeden Fall ich auch auf die Essentials definitiv zurückführe. Ja, Korallenwachstum ist klar, logisch. Das seht ihr im Hintergrund an den Bildern, beziehungsweise an meinem Becken, das jetzt im vierten Monat steht. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, wenn man jetzt hier, ich sage es mal, die 2,7 Liter Version nimmt, diese 2,7 Liter Version ersetzt im Prinzip 3 mal 10 Liter herkömmliches Versorgungssystem. Die sind jetzt so ausgerichtet, dass, oder beziehungsweise von der Rezeptur her so ausgerichtet, dass genau das im Endeffekt auch, ja, ich sage es mal, gut vorhanden ist, was gebraucht wird mit Masse. Das haben, wie gesagt, hat ATI aus den Labormessungen herausgezogen. Ist für die meisten Becken oder für 99 Prozent aller Becken zutreffend. Also ich habe jetzt noch keinen gesehen, wo sich irgendwas hätte anlagern können. Und wenn man halt von einem klassischen Versorgungssystem umsteigt, wo man halt selber anmischen muss, ist das Essentials Plus natürlich das Ideale, weil es halt ein komplett anorganisches System ist, wie dann halt auch in Anführungszeichen die klassischen. Aber ich habe bisher wirklich keine Probleme damit gehabt, dass mir irgendwelche Materialien gefehlt haben. Es läuft jetzt dreieinhalb Monate, fast vier Monate. Jetzt nach dem Reset arbeite ich mit den Essentials Plus hier. Jetzt in dem neuen System vorher auch schon. Aber es war nie so, dass ich mir gesagt habe, jetzt fehlt mir Flur oder jetzt fehlt mir dies und das. Jetzt muss ich extrem nachdosieren. Das war hier bisher nicht der Fall. Wie ich eben schon gesagt habe, ist die Rezeptur dementsprechend so überarbeitet worden, dass eine entsprechende Bioverfügbarkeit der entsprechenden Elemente gewährleistet ist, aber es sich nicht anreichert. Also wir haben, ich muss es jetzt ablesen, Eisen, Iod, Molybden, Mangan, Banadion und Zink in einer entsprechenden Bioverfügbarkeit. Allerdings nicht so hoch, wie gesagt, dass es sich anreichern kann. KH, Calcium und Magnesium sind in den üblichen Mengen drin, wobei das Magnesium hier beim Calcium mit drin ist und so gering dosiert wird. Also ich habe keine signifikante Veränderung in meinem Magnesiumwert seit Einsatz bei mir im Becken feststellen können. Ja, im Endeffekt ist es wichtig bzw. sollte das Ziel sein, so viel Kontinuität im Becken hinzubekommen wie möglich. Das heißt also, alles nach Möglichkeit auf einem Level zu halten. Und das ist natürlich mit einem ausgeglichenen Versorgungssystem, was halt auf den entsprechenden Erfahrungen bzw. auch Messungen basiert, so wie es bei ATI der Fall ist, dass da dementsprechend die entsprechende Kontinuität reinkommt. Das seht ihr im Endeffekt hier. Ich mache jetzt mal meinen Bildschirm mit an und zeige euch mal den Verlauf, den ich momentan habe, mit meinem KH-Keeper. Und ihr seht, dass das Ganze einigermaßen glatt verläuft. Also Schwankungen von 0,2, 0,3, die ich über den gesamten Tag habe, sind eigentlich zu vernachlässigen. Das Ganze ist so eingestellt, dass es eigentlich, man hat den KH tatsächlich festgenagelt. Wenn das System einmal eingestellt ist, dann ist da sowas von festgenagelt. Also der schwankt bei mir minimal. Was ich da jetzt an Schwankungen drin habe, ist Meckern auf ganz hohem Niveau. Und da machen wir jetzt auch mal aus. Und es ist eben so, dass genau das das Ziel sein sollte, dass wir die Korallen so gut und so konstant wie möglich versorgen, um halt auch das entsprechende Wachstum und das Wohlfühlen der Korallen zu gewährleisten. Was natürlich im Endeffekt auch mit ins Gewicht fällt, ist die Arbeitserleichterung, die ich im Endeffekt jetzt habe. Einmal bekomme ich fertig angesetzte Flüssigkeiten, wo ich mich nicht mehr darum kümmern muss, passt das oder passt das nicht. Das sieht man dann im Endeffekt in der ICP. Wenn es wirklich, ich sage es mal, komplett aus dem Ruder läuft, dann ist auch im Becken meiner Meinung nach irgendwas schief gelaufen. Des Weiteren brauche ich hier bei diesem System, genauso wie mit den Essentials Pro, weniger Wasserwechsel zu machen. Aus dem ganz einfachen Grund, weil das, was hier angemischt wird, ist in sehr, sehr hoher Qualität. Es ist unheimlich rein. Also es wird darauf geachtet, dass wirklich die reinsten Materialien verwendet werden. Es wird auf Reinheit geprüft und gemischt. Und es ist halt wirklich Material in Laborqualität, das ich fertig geliefert kriege, ohne dass ich noch Hand anlegen muss. Das ist eine Sache, die sehr, sehr geil ist. Und ich habe jetzt bei mir im Becken tatsächlich vier Wochen oder fünf Wochen keinen Wasserwechsel mehr gemacht. Und man sieht es den Korallen nicht an. Bei anderen Versorgungssystemen, die ich im Vorfeld benutzt habe, konnte man dann sehen, du hast zwei Wochen keinen Wasserwechsel gemacht. Oh weia, den Korallen geht es aber gar nicht gut. Hier kann man den Wasserwechsel ein bisschen in die Länge ziehen oder vielleicht hier und da dann auch mal, vielleicht mal einen Monat oder anderthalb, ganz weglassen und dann mal einen 10-prozentigen oder einen 15-prozentigen machen. Das sieht man dann an den Korallen direkt. Ich mache grundsätzlich den Wasserwechsel mit dem Absolute Ocean von ATI, weil es auch in der Hinsicht absolut rein ist, absolut perfekt gemischt ist, wie es auf die Bedürfnisse der Korallen zugeschnitten ist, wie sie es halt brauchen. Und das sieht man im Endeffekt auch. Sobald ich einen Wasserwechsel mache, wird es ein kleines bisschen besser wieder. Aber ich muss es halt tatsächlich nicht zu oft machen. Ja, dann haben wir natürlich die Grundlagen der Dosierung, habe ich eben schon gesagt. Wir fangen natürlich mit dem KH an. Und ihr seht selber hier in der KH-Flasche ist bei mir schon mehr verbraucht. Ich habe jetzt insgesamt schon, glaube ich, das ist die dritte Charge, die ich jetzt mittlerweile bekommen habe. Das heißt, ich habe schon zwei Chargen durch. Habe am Anfang aber auch hier und da mehr dosieren müssen und beziehungsweise noch ein bisschen auch experimentieren müssen. Alles in allem ist es aber so, ich fange erst mal mit dem KH an und schaue dann, dass ich den Kalzium mit angleiche, wenn dann die Kalzifizierung mit im Becken eingesetzt hat. Und anschließend ist das Ziel, dass beides gleich dosiert wird. In diesem Fall ist dann auch tatsächlich gegeben, dass alles, was zur Verfügung gestellt wird, auch oder alles, was gebraucht wird, zur Verfügung gestellt wird, in dem Maße, wie es sein soll. Und ja, das ist auch eine Sache, die ich definitiv geil finde. Kommen wir als nächstes dazu. Umstellung. Habe ich auch im Netz gesehen. Umstellung von anderen Systemen ist bei ATI relativ einfach. Und zwar haben sie, blende ich euch jetzt mal im Hintergrund ein, eine entsprechende Umrechnungsseite. Wir gehen einfach da mal drauf. So, dann gehen wir rüber. So, und da haben wir das mit dem Umrechnen da oben. Genau. Da könnt ihr euch oben aussuchen, umstellen auf Essentials Plus oder umstellen auf Pro und im unteren Teil könnt ihr dann sagen, ich habe das, das oder das Versorgungssystem im Vorfeld benutzt. Wir sagen jetzt einfach mal Essentials Pro und ich habe gegeben, sagen wir mal 35 Milliliter von der KH-Lösung und da schreibt ihr mir direkt drunter, wie viel Milliliter das dann von den Essentials Plus entspricht. Somit habe ich die entsprechenden Mengen schon da und muss natürlich bei der Umstellung grundsätzlich darauf achten, dass ich alle Werte im Auge behalte. Ich muss den KH regelmäßig messen, das Calcium und, und, und. Also gerade bei einer Umstellung von einem Versorgungssystem, bis das Versorgungssystem komplett gegriffen hat, muss ich viel messen. Noch ein paar Kleinigkeiten zum Umstellen. Also wie gesagt, beim Spielen sagt man safe early, safe often. Ich sage hier beim Messen genau das Gleiche, bloß halt für aufs Messen bezogen. Wer viel misst, tut sich definitiv bei den Umstellungen einen Gefallen. Das ist schon mal das Erste. Zum Zweiten, wenn ihr zum Beispiel von Pro auf Plus umstellen wollt, bitte diese Flüssigkeiten nicht untereinander mischen. Braucht zuerst das eine auf und dann fangt mit dem anderen an. Oder setzt das eine einfach ab und fangt dann mit dem anderen an. Also dementsprechend kein Mischen der entsprechenden Flüssigkeiten zwischen Pro und Plus. Die Werte im Auge behalten, klar, logisch, was ich eben gesagt habe, alles regelmäßig durchmessen, weil wenn man das zu sehr schleifen lässt, dann kann das in die eine oder andere Richtung laufen und das ist dann negativ, wirkt sich das dann auf das Gesamtklima im Becken aus. Ja, und wenn es sich dann entsprechend eingependelt hat, dann muss man sich eigentlich die wenigsten Sorgen machen. Also ich gehe jetzt im Moment hin und messe tatsächlich nur noch über den KH-Keeper mein KH und die restlichen Werte einmal die Woche, wenn ich Zeit dafür habe, vielleicht alle anderthalb Wochen, aber das Becken ist jetzt relativ stabil. Ja, und dann habe ich auch noch im Netz gesehen, alles in allem wird dann mal gefragt, ja, wie sieht das aus mit entsprechenden Überwachungssystemen? Verträgt sich das Essentials Plus mit diesen Systemen? Kann ich ganz einfach zu sagen, ja, definitiv. Es ist ein System, was entweder auf KH oder Calcium basiert überwacht werden kann. Ich mache es momentan tatsächlich so, dass ich über den KH-Keeper die entsprechende Dosierung überwache. Ich blende euch auch noch mal eben kurz meinen Dosierplan beziehungsweise die Dosierung für den KH mit ein. Und wir gehen dann mal auf die Pumpen X3. Da stehen die entsprechenden Mengen. Ihr seht, sie werden bei mir unterschiedlich im Moment dosiert. Das hat was damit zu tun, dass ich bei meinem Dosierplan einen Augenblick, mal gucken, ob ich den größer kriege. Genau, das ist mein Dosierplan für den KH über Tag, um den Level zu halten, den ich versuche zu halten. Das hat sich herausgestellt, wenn ich die entsprechenden Mengen so dosiere, dann habe ich nur eine relativ gerade Linie über den gesamten Tag. Ja, beim Calcium sieht es bei mir anders aus. Jetzt muss ich gerade eben mal kurz gucken, wie ich wieder zurückkomme. Da und Essentials 2. Da gehe ich einfach hin und dosiere stumpf über den Tag hinweg immer die gleiche Menge. Deshalb ist das jetzt auch im Moment unterschiedlich. Aber Ziel sollte halt sein, dass es tatsächlich in einer Linie beziehungsweise in einem Mengenverhältnis zueinander passt. Ja, Leute, was soll ich noch großartig sagen? Das Beste, was ich machen kann, ist, schaut nach hinten, schaut in mein Becken rein. Ich gebe nichts weiter hinzu. Nur die Essentials. Kein Plankton, keine Spuris extra oder davon extra. Ich brauche tatsächlich nur diese Essentials. Bin ich momentan am dosieren. und kleines Geheimnis, kleiner Geheimtipp, weil ich halt auch den KH-Keeper einsetze, der so ein bisschen Wasser rauszieht. Das ersetzt sich durch natürliches Meerwasser von ATI. Das ist auch noch so ein kleines Ding, was so on top Material mit ins Becken reinbringt, was jetzt halt messtechnisch und etc. nicht mit vermischt werden kann. Also das hat sich auch ganz gut bewährt. Ist aber ein Thema für eine andere Sendung. Alles in allem kann ich eigentlich nur sagen, die Essentials Plus funktionieren wunderbar. Ja, für wen sind sie geeignet? Kommen wir mal zu dieser Gretchenfrage. Die User, die zum Beispiel momentan das Pro nehmen. Das Pro ist teilweise mit Organik versetzt. Die Organik hilft ein kleines bisschen dabei, die Nährstoffe ein kleines bisschen zu drücken. Wenig. Das heißt, wenn man auf dieses System umstellt, was keine organischen Hilfsmittel beziehungsweise organischen Stoffe mit drin hat, gehen die Nährstoffe ein wenig wieder nach oben. Das muss man natürlich im Auge behalten. Das ist ganz wichtig. Das heißt, vermehrter Abschäume-Einsatz, gegebenenfalls für Phosphat, hier und da Absorber-Einsatz. Aber wenn das System dann angeschlagen ist und dann auch dementsprechend von den Korallen so akzeptiert wurde und die dann loslegen, dann kann es sogar teilweise sein, dass man den Absorber wieder zurücknehmen muss. Diesen Effekt habe ich jetzt bei mir, dass ich mit meinem Phosphatwert ziemlich weit unten bin, weil ich halt Absorber eingesetzt habe. Den kann ich aber jetzt wieder etwas zurücksetzen, also sprich den Durchsatz, den ich durch den Wirbelbettfilter habe, weil es so weit nach unten gezogen wird, nicht durch den Absorber, sondern durch das Wachstum im Endeffekt im Becken. Aber das muss dann halt beobachtet werden. Das ist dieser Punkt, den ich eben meinte. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Das ist ein Prozess, der sich über mehrere Monate entwickelt und wo viele Faktoren halt mit reinspielen. Aber wenn es dann losgeht, dann kann ich im Endeffekt sagen, dann geht das Ganze ab wie Schmitzkatze. Die Farben im Hintergrund beziehungsweise das Wachstum sprechen für sich und ich denke, ich habe euch genug zugelabert darüber. Wenn ihr noch mehr wissen wollt oder Fragen habt, schreibt es runter in die Kommentare. Auf Facebook gibt es die entsprechenden Gruppen von ATI, da kann ich auch noch drauf verweisen, da wird euch auch kompetent geholfen. Und ansonsten, ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder, was auch immer. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hierher schaut. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch. Euer Bein. Ciao.